Hi Leute! Heute ist Sonntagmorgen, Sonne kommt raus, Wetter ist geil und ich bin da mal kurz rumgedüst. Hab mal ein paar Videos von außen gemacht mit dem V8 Sound, Ansauggeräusch vorne, innen und außen. Und schneid das alles in einem Video zusammen, so als kleines Soundvideo fürs Wochenende. Und ja, ich hoffe ihr habt alle morgen frei, morgen ist Brüggentag und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich über ein Like und Abo natürlich auch und sag mal bis die Tage. Macht's gut! Ciao! Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017